Spaß gemacht mit den Jungs. Ich glaube, erste Aktion durfte ich gleich ein Tor mit bejubeln, also so kann es losgehen. Du hättest doch fast selber noch eins machen können, oder? Ja, hätte. Ja, vielleicht geht da mal rein, aber ich glaube, das hebe ich mir für die Saison auf. Wie ist das Gefühl dort rechts, außen, offensiv? Denkst du, ist das eine Position für dich? Ja, es war meine Position bis jetzt immer. Ich bin flexibel, einsetzbar und fühle mich aber auch am Flügel rechts ganz wohl. Dein Herkommen jetzt nochmal für mich, weil ich ein bisschen später gekommen bin als alle anderen. Was hat dich dazu bewogen, zu sagen, ich gehe jetzt hier zu Dynamo? Ja, mich hat einfach das Konzept überzeugt und auch die Gespräche mit Herrn Minge super gelaufen und auch die Mannschaft hat einen super Eindruck gemacht. Ich kannte den Patrick Wiegers schon und noch ein paar Spieler und die haben alle gesagt, Junge, wenn du die Chance hast, dann komm her, es ist einmalig. Es müllert jetzt ganz schön bei Dynamo. Ja, genau, haben wir ja gestern auch schon ein Foto mit den drei Müllers gemacht und ja, vielleicht laufen wir ja alle zusammen auf, das wäre super. Dein Spitzname unterscheidet sich immer von Müh oder Müll oder was weiß ich? Ja, einfach nur Jimmy, bitte. Danke. Alles klar.